Herzlich willkommen bei Niederstädter. Gerne führen wir euch heute durch unser Unternehmen. Viel Spaß. Innovative Lösungen für den Kunden. Dafür steht Niederstädter. Das Unternehmen bietet eigens zugeschnittene Services rund um Bau, Handwerk, Industrie und Verwaltung. Seit fast einem halben Jahrhundert begleitet das Familienunternehmen mit Hauptsitz in Südtirol erfolgreich Bauprojekte in ganz Italien in den Bereichen Krane, mobile Raumlösungen und Baumaschinen. Das Motto von Niederstädter lautet deshalb Feel free to build. Kommen Sie mit auf eine 360-Grad-Entdeckungstour und lernen Sie den Niederstädter Rundum-Service kennen. Direkt auf Ihrer Baustelle beginnt mit einem Experten die Erarbeitung der individuellen Lösungsansätze für Ihr Projekt. Wichtig ist, dass vorab genau geplant wird und die passenden Produkte und Dienstleistungen gefunden werden, damit alles rund läuft und die Arbeiten zeitgemäß abgeschlossen werden können. Die gesammelten Informationen werden in einem interdisziplinären Team besprochen und alle Details für eine effiziente Umsetzung geklärt. Los geht's! Bei Transport und Logistik sind viele Details zu berücksichtigen. Das Niederstädter Team denkt an alle Faktoren und organisiert den reibungslosen Transport, termingerecht und zuverlässig. Alle gelieferten Maschinen werden von den Niederstädter Experten vor Ort auf- und abgebaut. Auch bei der Wartung von Baumaschinen steht Ihnen ein Team von Fachleuten zur Seite. Vor Ort oder in unserer top ausgerüsteten Werkstatt. Durch einen sicheren und effizienten Umgang mit Maschinen und Arbeitsgeräten wird ein weiterer Grundstein für ein gelungenes Bauprojekt gelegt. In der Niederstädter Academy werden für Mitarbeiter und Kunden Schulungen zum zertifizierten Staplerfahrer, Kranfahrer und viele weitere Kurse angeboten. Schön, dass ihr da wart. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen.